Wir sind hier auf dem Stand der Firma Multiplex Hightech. Und absolute Premiere sind die neuen 32-Bit-Servos der sogenannten D-Serie. Hier sehen wir die Exemplare mit Ganzmetallgehäuse. Die sollen im Sommer lieferbar sein. Das Besondere ist eben die Auflösung dieser neuen Probanden. Die werden hier in einem Demo-Modell einmal gezeigt. Devolution nennt sich das Ganze. Rechts sehen wir also die 32-Bit-Auflösung, links die ganz normale Auflösung. Man sieht deutlich, dass der rechte Zeiger wesentlich positionsgenauer in der Mittel- und Endstellung sich positioniert. Die Servos der D-Serie bieten die derzeit höchsten am Markt erhältliche Auflösung der Servowege momentan. Dadurch ist gegeben also feinstes Ansprechverhalten und Programmiermöglichkeiten. Eben dank dieser 32-Bit-MCU. Und die Servos können selbstverständlich auch in einem sehr breiten Spannungsbereich wie üblich bei Hightech von 4,8 bis 8,4 Volt betrieben werden. Somit sind das also ideale Kandidaten in Verbindung mit sehr hochauflösenden Flybarless-Systemen, um dann entsprechend eine bessere Performance an der Taumutscheibe zu resultieren.